Servus! Heute mal ein neues Format. Heute spielen wir eine Runde Hearthstone Battlegrounds. Hier will ich euch einfach ein paar Highlight-Videos von mir zeigen, ein paar Gameplays, ein paar Tipps und Tricks. Mal schauen, was draus wird. Schauen wir hier mal die erste Folge jetzt. Wir starten mit Isera und ihren Drachen. Maiev wäre hier wahrscheinlich der bessere Hero gewesen, aber wir probieren unsere Sache mal mit Drachen. Wir warten noch auf die Gegner. Mal schauen, was für Helden dort zur Auswahl stehen, unsere Gegner. Ja, in der ersten Runde wählen wir unseren Welbling. Ich denke, er ist hier nicht nur die beste Wahl, sondern passt auch noch zu unserer Heldenfähigkeit. Ich denke, hiermit haben wir einen guten Start. Es gibt sicher bessere Minions, zum Beispiel Token Minions, die man am Start wählen kann, aber der Welbling ist in der mittleren Kategorie anzusehen, würde ich mal sagen. Nicht besonders stark, aber auch nicht allzu schwach. Gegen unseren Freund Tekkodron treffen wir hier den richtigen Murloc, sodass wir das Spiel auch noch gewinnen können. Sehr guter Start war das für uns in Turn 1. Ja, wie in Turn 2 üblicherweise einfach leveln. Hier die Frage in Turn 2, ob wir den Drachkin nehmen oder mal schauen, ob wir noch einen besseren 2er Drop kriegen. Ich denke, ein zweiter roter Welbling wäre hier auch ganz gut für das initialen Damage austeilen. Ja, Jock hat hier seinen Murloc im ersten Zug direkt gepimpt, deswegen haben wir hier im dritten Zug keine Chance gegen das dicke Murloc. Ja, Turn 3 habe ich mich doch für den roten Welbling entschieden, damit wir hier noch initial noch ein bisschen Damage dazukriegen. Ich denke, das passt besser als der Drachkin Spot. Bei Drachen sollte man im Laufe des Spiels nicht 100% nur Drachen wählen, sondern auch starke Minions picken, wenn man die Chance dazu hat, weil Drachen alleine am Start nicht sonderlich stark sind. Ja, hier verlieren wir gegen den Dämonenjäger, weil er einfach dank der Heldenfähigkeit mit seinen Dienern zuerst angreifen darf und soll nur einen Schaden machen. Ja, Zug 4 sollte man, wenn es geht, 2 Minions picken, damit man seinen Mana optimal spendet, sag ich mal. Ja, deswegen haben wir uns hier für die 2 Minions mit den größten Stuts entschieden. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In Zukunft wird es mehrere Gameplays noch geben für Hearthstone. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Tipps oder für andere hilfreiche Videos, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ich versuche dann bei Zeit mal Videos dazu online zu stellen. Schauen wir mal, was uns in Turn 5 für einen Gegner erwartet. Hier töten wir erstmal zwei Minions. Deswegen sind die roten Welblinge nicht so schlecht. Hier hätten wir natürlich noch ein gutes Minion, sodass wir die zwei Piraten noch traden können. Ja, es geht auch gut weiter, Turn 5. Kann man auf jeden Fall aufbauen. Turn 6, ja, dann kriegen wir einen Drache, der uns bufft, was nicht so schlecht ist. Hier natürlich noch der Bronzerwächter ist ein sehr starkes Minion, wenn man das auch noch buffen kann, umso besser. Er wird in den nächsten Zügen auch noch eine größere Rolle spielen. Hier haben wir gleich noch ein Buff-Minion. Dazu noch ein Drache. Perfekt. Wichtig in der Drachensynergie ist, dass man seine Drachen relativ schnell hoch buffen kann, weil sonst haben die Drachen zu wenig Stats. Mit 3-Angriff, 4-Angriff ist man halt nicht sonderlich gut aufgestellt. Jeder Bronzerwächter hat natürlich noch sein Gotteschild und seine Wiederkehr. Deswegen ist er ein relativ starkes Tier 3-Minion, das man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man Drachen-Synergie spielt. Ja, hier unser schöner Murdoch-Freund. Wir haben natürlich die besten Minions gehittet, denken die großen. Und von vornherein schon 94% Sieg-Chance. Deswegen passt das. Ja, hier noch die Chance aufs Triple. Deswegen leveln wir einfach ab, damit wir ein Level 5-Minion discovern können. Und ja, wir entscheiden uns hier für Bran. Bran, ein sehr starker 5-Sterne-Drop, der perfekt zu unseren Kampfschrei-Synergien passt, wie vom Zwiedicht-Boote. Deswegen frieren wir hier auch ein, um dann in der nächsten Runde unser Minion doppelt buffen zu können. Perfekter, nicht ganz perfekter Turn 5-Drop, äh, teilweise 5-Drop, sondern er hätte bessere gegeben. Ähm, aber mit dem Brand kann man auch gut arbeiten. Feuerkralle, ähm, wäre zum Beispiel ein besserer Job gewesen, wenn wir da mehr, unseren Drachen mehr pimpen könnten, als mit Bran. Aber Bran ist auch okay. Ja, Reno Jackson, ähm, hier direkt mal ein paar Minions zerstört, die ihm helfen. Auch hier 93% Siegchance, ähm, ja. Auch seine Kanone kann uns hier nicht tödeln. Der Bronzenwächter überlebt mit seinem Gotteschild. Ja, sogar eine Triple-Chance hier. Deswegen, ähm, buffen wir, verkaufen wir den, gibt uns noch 3 Gold, buffen wir erstmal dieses, den Bronzenwächter und holen uns dann das Triple. Ähm, können wir ihn noch ein bisschen hoch buffen. Doppelt, dreifach. Hier, perfekt, Feuerkralle gekriegt. Können wir unsere Drachen schön pimpen. Hier nochmal ein Kampfschrei, der gerade nochmal ausgeführt wird. Ein perfekter Drachenkombi. Hier den Zwielichtboten, buffen wir nochmal unseren Bronzedracher und frieren. Das ein, damit wir hier noch die Chance auf den Triple kriegen. Die Feuerkralle ist auch sehr wichtig in der Drachensynergie, deswegen sollte man, ähm, man muss ihn auf jeden Fall mitnehmen. Sonst hat man am Ende keine Chance. Oder eine geringere Chance. Weil er doch relativ stark wird im Laufe der Zeit. Hier unser Bronzenwächter bringt uns wieder das Spiel. Deswegen ein super 3er Drop, der, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ja, wir holen uns hier den Glyphenwächter für das Triple, für die Triple Chance, ähm, leveln hier ab, damit wir schnell auf Level 5 kommen. Denken wir sind in einer guten Position zum Leveln. Deswegen hier einmal hoch. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, vielleicht hätte man den nicht verkaufen sollen, aber der Glyphenwächter macht hier dann doch mehr Schaden. Ähm, deswegen passt das hier auch. Der Glyphenwächter kommt auf nach rechts. Hier wird unsere Feuerkralle schön gebufft, für jeden Drachen einmal 1-1. Auch hier wieder fast 100% Siegchance, easy win, dann noch ein Gegner rausgekegelt, perfekt. Hier holen wir nochmal ein Kampfstrahminion zum Waffen, hier der Verteidiger von Argus. Damit können wir unserem Bronze Drachen noch Spot geben. Den Drachen können wir verkaufen, weil er keinen Spot mehr braucht. Hier habe ich überlegt, ob man auch der Feuerkralle Spot gibt, aber ich denke, das macht wenig Sinn. Deswegen geben wir hier nur den Bronze Wächter, den Buff. Hier kriegt unser Glyphen Wächter noch ein bisschen Power, damit er ein bisschen mehr Damage macht. Wir holen uns noch den zweiten Bronze Wächter dazu, für Triple Chance. Brann macht hier gute Arbeit, denn Brann war ein Key Minion, der uns hier sehr stark gemacht hat. Allein den Bronze Wächter hat er ordentlich gebufft, sodass man quasi unbesiegbar ist. Unser Feuerkralle wird auch jede Runde stärker. Hier haben wir jetzt mal eine Fifty Fifty Shones zu gewinnen, nicht zu gewinnen. Die ganzen großen Minions weghauen. Hier haben wir diesmal nicht gewonnen. Naja, muss aber eine Runde Unentschieden spielen. Hier wieder ein Triple. Perfekt, damit können wir ein Sechser Minion Discover in Elbit dreimal gebufft am Anfang. Wir ziehen hier direkt Nadina. Perfekter Sechser Drop für uns. Natürlich hier die zweite Feuerkralle. Besser kann es für uns natürlich nicht laufen. Ein bisschen High Roll war dabei. Ich denke, es passt ganz gut. Unser roter Welpling leistet immer noch gute Dienste. Mit zwei Feuerkrallen zu dem Zeitpunkt ist man sehr sehr gut dabei. Plus Nadina. Passt perfekt. Und wir tragen noch eins nach vorne, weil er natürlich mehr Damage macht als die zweite Feuerkralle. Deswegen hier auch wieder 100% Siegchance. Oder fast 100% Siegchance. Durch unsere Gotteschilder passt das natürlich perfekt. Hier drücken wir dem Gegner mal 26 Damage rein, wo einer gereicht hätte. Passt. Perfekt. Ja, Turn 12. Jetzt wird es interessant. Hier nochmal ein Argus, damit wir auch Nadina zum Beispiel Spot geben, damit die auf jeden Fall Nadina zuerst treffen. Wir leveln hier auf Taverne 6 hoch, damit wir Kaligos dann noch ziehen können. Hier brauchen wir Nadina und legen unseren Goldwächter noch aus. Bronzerwächter. Nadina natürlich nach vorne. Damit die auch als erstes angreift und den Drachen-Gottes-Schildern verteilt. Also sage ich mal kurz mal. Damit wir mal kurz auf eine entsprechende Wechselstraße und die Blocke schlafen könnten. Herr Drachen hat einen Blocke schlafen gelegt und die Blocke schlafen kann. Und ich denke, der hier ist einfach so sehr schön, dass er der Blocke schlafen kann. Dann denke ich dort einぉ то, mal kurz auf. Wir nehmen uns die Blocke schlafen und die Blocke schlafen. 右 pasa sie es dann. Das ist ja meine Blocke schlafen. Das ist ja dann wie ein Breakkam. Hier auch noch eine Triple Chance auf unseren Bronze-Verwächter und vorher gerade Triple Chance. Schauen wir mal wie die weiteren Turns verlaufen sind. Hier gegen Flickwerk 100% Sieg Chance, weil unsere Minions einfach mit Gottes Schild perfekt sind. Auch gegen die starken Piraten. Allerdings sind unsere Drachen zu stark für seine Piraten. Und mit Gottes Schild quasi unbesiegbar. Auch hier verteilen wir wieder ordentlich Schaden. Der nächste Gegner, der gegen uns das Zeitliche segnen muss. Immer weiter so, immer weiter so. Ich suche da natürlich direkt Kaligos gefunden. Perfekt. Dann können wir unseren Bran auch loswerden. Und jetzt heißt es einfach nur noch Minions sammeln, die Kampfschrei haben. Hier. Damit können wir auch unseren Triple Bonus verkaufen. Und einfach alle Drachen buffen, die wir haben. Einfach Minions kaufen, kaufen, kaufen. Da ist man dann als Drache, zu dem Zeitpunkt als Drache fast unbesiegbar. Gegen Murlocs könnte es noch eng werden, aber wir haben glaube ich keine Murlocs dabei gehabt, diese Runde. Von daher steht unserem Siegungszug nichts mehr im Weg. Unsere Feuerkrallen werden auch langsam riesig. Kaligos halt 6, 6er Drop ist schon sehr was Feines für Drachen. Auf jeden Fall. Ja. Würde es nur öfters mal so laufen mit Drachen. Bisher mit Drachen, wie gesagt, noch nicht so erfolgreich gewesen. Aber man lernt nie aus. Übung macht den Meister, denke ich. Hier einen Fehler gemacht, DS Minions zu verkaufen. Da habe ich natürlich einen weniger auf dem Feld. War ein bisschen blöd. Hier sind ein paar Minions dabei, die Todesrechteln haben. Aber unsere Drachen kriegen jetzt wieder ein Gottesschild. War wieder eine Runde verloren nach langer Zeit. Naja, passiert. Natürlich immer noch auf der Suche nach Battlecry Minions. Den Murloc hätte ich können, kann man spielen. Für Battlecry. Jetzt brauchen wir, da haben wir einen zweiten Kaligos gefunden. Das ist natürlich perfekt für uns. Kurz überlegt, ob ich den Kaligos spielen soll oder nicht. Aber um in der nächsten Runde keinen Platz zu verschwenden für kampffrei Minions. Allerdings sind die Drachen schon so stark. Das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich... Da unsere Nadina ja auch Kaligos im Gottesschild verteilt, macht es natürlich hier Sinn, den Kaligos auch hier wieder auf den Platz zu stellen. Unsere Feuerkrallen werden auch jede Runde größer. 100% Siegchance, 100% lethal. Der nächste Gegner, der gegen uns rausfliegt. Unser Bronze Drache ist so groß. Hier gegen alle unsere Drachen nochmal Gottes Schild. Mit 3 Drachen 22 Damage verteilt. So, jetzt noch eine Runde gegen Joksaron. Ähm... Hier noch ein Kampfschreidrache. Vielleicht noch auf den Triple hoffen. Hier nochmal Kampfschrei. Leider keinen Triple mehr gefunden. Deswegen muss der kleine Kaligos dran glauben. Und wir buffen dafür unsere andere Drachen noch ein bisschen hoch. Natürlich den Zwillischboten ans Netz zu spielen. Damit wir noch einen Drachen haben, den wir mit unserem Gottesschild buffen können. Auch hier wieder der nächste Drache, den wir benutzen können für die nächste Runde. Einmal, oder? Das ist der Grund. Ja, das ist der Grund. 78 punts als siegchance in dem matchup obwohl er seine murlocs mit gottesschild voll gemacht hat aber hier töten wir schon mal einen murloc der uns nicht mehr killen kann mit seinem gottesschild unsere anderen tragen sind zu stark und gg großartiges game wenn euch das game gefallen hat dann lasst doch ein like da und folgt meine kanäle wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder weitergeht mit einer runde hartstone euer sven von riedelinio tv